Ich weiß, ich bin nicht gut, wenn es darum geht, allein zurecht zu kommen, ohne dass mir jemand hilft. Verstehst du, Saya, auch wenn ich mir ganz fest vornehme, für die Schule zu lernen, dann fange ich an zu essen und zu essen, bis ich müde werde und dann schlafe ich ein, ohne dass ich was gelernt habe. Weißt du, ich habe gedacht, ich schaffe das allein, aber dann, als ich die Rose gesehen habe, dann musste ich an Mamoru denken. Schätzchen. Auch wenn ich ihn nur auf dem Anrufbeantworter hören kann, auch wenn ich noch keinen Brief von ihm bekommen habe, mir geht es gut, ich schaffe es auch ohne ihn, sage ich mir immer wieder. Aber, 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 es geht einfach, einfach nicht. Oh, Schätzchen. Ich vermisse ihn, ich vermisse meinen Mamoru. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Ich werde es jedenfalls versuchen. Oh, Bunny. Untertitelung. BR 2018